Mal sehen, ob wir dann schauen. Wenn nicht, ist ja nicht schlimm. Dann machen wir es halt nochmal. Weil es ist halt so cool. Moin. So, den haben wir auch. So, ich mach mal jetzt überall hier. Hohoho, Alter. Nochmal schnell mit der Exekution ausgewichen. Gleich haben wir schon 40. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh, komm, 43. Gleich 45. Komm schon, zeig uns was so ein Held für Zweifläufer. So, 6 Uhr 40. Mein Finger schläft grad ein. Immer das ganze x-Gedrücke hier. So, 48 haben wir jetzt. So. So. Komm. Ich besiege die Kriegsforde. Warte. Oh, Erfolg. 400 XP und 200 Mithril. Oder wie auch immer. B zu. Ist auch schon seine Weg. Nein, die Marder können wir gebrauchen. Warte mal. Wo bist du direkt? Da ist die Marder. Weil ich möchte nämlich... ...Informationen haben. Oh, wie Angst. Wie viel Angst er hat. Und zwar möchte ich... Von dem wissen wir wahrscheinlich schwächen, ne? Von dem... Gut. Er hat ne Verbindung dahinten. Gucken wir mal die Leibfechter von denen. Das wird die vorher erstmal blöd machen. Zweitens hier. Giftmischer. Okay. Obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht als Ziel. Oh, das ist zu mächtig. Äh... Ich würde auch weglaufen. Hallo. Letztes Mal bist du mir entwischt, mein Schatz. Hab schon sehnsüchtig auf deine Rückkehr gewartet. Ja, du kannst auch noch länger warten, weil ich, äh... ...jetzt... ...keine Zeit für dich habe. Aber danke, dass du mich Schatz hänzt. Den Kopf dick aufnehmen. So, da blasen sie in ihr... ...Bohren. Ach, bist du bereit für unsere Klingen? Alter! Um die zu ärgern, hol ich jetzt das Viech da raus. Oh, die Gehnsicherheit. Ach, der verfolgt mich ja bis hier. Hab ich nicht gedacht, dass der... Ach, da... Wolltest du mich überrumpeln? Nein! Niemals! Ich freue mich schon viel zu lange auf diesen Augenblick! Boah, kennst du mich denn? Ich bin nicht so bekannt. Ja, bin ich. Mach ich das halt so. Wenn er schon mal da ist. Was? Nein, werde ich nicht. Oh. Das war der Falsche. Naja. Tag! Das ist eine gute Ablenkung, das Viech. Das ist eine gute Ablenkung, das Viech. Das ist eine gute Ablenkung, das Viech. Ja. Und zwar... Du bist ja hiervon... Wissen wir hiervon auch schon die Schwächen ja, ne? Ne, von ihm. Stärkung und Schwächen ja. Und... Von ihm wissen wir auch schon. Gut. Dann schauen wir mal, wer der Hauptmann von dem beiden ist. Okay. Alter. Der Brecher. Alles klar. Naja. Tschüss Giftmischer. Und er hat was für unser Schwert dabei. Das war eine gute Ablenkung mit dem Tierchen. Nein! Nein! Niemals! Verdammt! Ich bin absolut nicht gestorben. Ach, wie ich die Viecher sehe. Ja, ich war... Leck. Gut. Ähm. Das passt dann. Dann mach ich jetzt auch meine Auf... Was sind diese Firma aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Königreich. Gut. Ähm. Dann mach ich jetzt mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Weil ich merke, wie mein Hals anfängt wieder ein bisschen weh zu tun. Ähm. Gut. Dann sehen wir uns nächste Aufnahme wieder. Haut rein solange. Und bis dann.